Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auschwitz, schon mal gehört? Nein. Nein, und ich muss weiter. Dieses Land will Zuckerguss. Das will die Wahrheit nicht wissen. Ich brauche die Akten der SS-Männer, die in Auschwitz gedient haben. Alle. Das erste Mal, dass ein Land seine eigenen Soldaten wird, was im Krieg passiert ist. Was wir sie erreichen werden, ist, alte Wunden aufzureißen. So ein Prozess wäre Gift. Dieses Totschweigen ist Gift. Ich will deine Hilfe. Wir haben keine Zeit, verstehen Sie? Sagen Sie endlich die Wahrheit. Sollte man vergasen, du... Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein Mörder ist? Ja, genau das will ich. Ich will, dass diese Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören. Auf das Leben. Nach einem. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020